servus und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der drei stein hof am wunderschönen tag in der letzten folge sind wir beim feld 7 ernten den geblieben weil wir vorgespult haben und die feld 13 müssen wir auch noch ernten und dann müssen wir noch das groß fällt mir ein so würde ich sagen knapp macht uns in unmark und dann bin mal jetzt da sind ja es hat wieder ein neues update geben jetzt sind wieder die gebäude weg die basis nicht warum aber naja ich will nichts dazu sagen die verlinke haben und in der video beschreibung dem app kennt euch gern aber laden wenn du willst und wir sagen legen wir los mit wenn so wollte es haben und ja falls euch die folge gefällt natürlich das like nicht zu vergessen das wird mir riesig freuen und unterstützen und wenn ihr keine weiteren videos mehr verpassen wollt dann kennst jetzt gern abonnieren das wird mir freuen und dann wenn wir los alles funktioniert ja mehr mal ab dann komme ich wieder so den müssen wir jetzt da weg stellen bevor der rescher den weg schiebt und dann müssen wir bei den feldern schauen und dann was haben wir noch zu machen und zwar haben wir gedacht und was habe ich mir jetzt gedacht weiß ich es gerade nicht ich will jetzt warten das müssen wir dann wieder düngen und frisch ansehen und dann haben wir gedacht wir holen und wir holen wir uns aber dir Wir haben doch Hafer umgesetzt, oder? Ah, Hafer. Nein, mehr haben wir keine. Dann hat sich das schon wieder erledigt. Ich wollte mir nämlich einen Pferdestall kaufen und dann noch ein paar, drei Pferde. Und mit dem wollte ich das dann anfangen. Also, dass wir uns das schon wieder vergessen. Dann würde ich sagen. Schauen wir mal kurz zu denen. Ja, dann geht das eh auf. Dann. Mh. 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 Ich muss noch alles aufhören. Ich muss noch alles aufhören. Ich muss noch die E-Servor aufhören. Das ist gut. 2 dabei aber nur das haben wir halt einmal das vorgewählte und der helfer wieder weiter pfuschen und dann müssen wir einmal den bäscher auslösen weil da oben steht soja von den 26 Prozent ja dann ist er fertig wahrscheinlich dann können wir den aufs nächste Fall schicken und dann passt das dann ist das andere Fall schon wieder fertig ja machen wir was du willst so dann ja der hat wieder ein Spiel stehen gelassen ah da steht so der ist fertig dann würde ich sagen dann haben wir das was er stehen gelassen hat noch weg und dann kommen wir uns auf 13 erfolgt ich kenne den bäscher dann passt das dann ist das bald fertig okay neidbergswoggen dann können wir den dort auflegen auflegen kurz weit hin so dann fahren wir mit denen einmal zu Feld 13 aber zuerst müssen wir den einmal abdanken und dann gehen wir dort weitermachen da haben wir jetzt einen eigentlichen Log alles klar das kann jetzt aber nicht sein ja jetzt war alles umsonst ein das ist so das ist wahrscheinlich dann in die nächste Folge das ist die in die die sind das ist auch das ist das ist das ist die 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 Na wow, ja ich werde das richten oder wir wechseln wahrscheinlich auf eine andere Map, weil die Zeck ganz schön viel Performance Mode ist. Jo, ähm, dann muss ich das überschreiben. Aber dazu im nächsten Video mehr. So, jetzt wollte man da unten gehen. So, machen wir das, fahren wir einmal auf, um 13er Fall. Hier die beliebte Ausfahrt, was er im letzten Video ja gesehen hat. Da ist doch das letzte Mal der Stinkstand, das ist Kilo. Keine Ahnung, du hast da mit dem Wasser. Aber das werden wir schön hinbekommen. Dann mit dem Up. Oh mein Tafo, okay. Witz ich. Genug von dem. Ich weiß ja mal nicht, ich wollte auch nicht schreiben, was er da braucht. Warum am Bahn mit dem... Jetzt wird's komisch. Ich glaub da hat auch viel was falsch. Aber das werden wir noch mal sehen. Jetzt wollten wir dahinter zu dem Feld. So, dann würde ich sagen, ernten wir das einmal ab und dann... So gehe ich, was er mal geschrieben hat in der nächsten Folge. So. So, herren die. So, hellbreds. So, hellbreds. So, hellbreds. Der ist auch gleich fertig, dann fahren wir auch mal mit dem... wohin? Haben wir da jetzt in Kualora oder gibt es das noch? Ich weiß nicht was der Motor da gemacht hat. Schauen wir mal kurz. Es gibt gerade Dings. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber fahren wir mal mit dem Anhänger. Da geht noch ein bisschen was ein zum... ...Frescher. Dann schauen wir mal. Ich wundere es ja nicht, wenn er die falsche Version veröffentlichen kann. Dann lassen wir das einmal durchstehen. Dann schauen wir einmal kurz zu dem da. Oh, dann muss ich kurz was pauschen. Warte jetzt, ich bin gleich wieder beeindruckt. So, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir kurz einmal durchschauen, was der da macht. Ah, lass mich hier selber machen. So, dann machen wir das schon alles selber fertig. Und dann müssen wir eh den Rest in der nächsten Folge schauen, wenn ich wieder eine Antwort von dem Motor habe. Ich werde es einfach mal hier drin interferen. Oh, dann gehen wir. Oh, dann gehen wir mal kurz vor. Oh, dann gehen wir mal kurz vor. Wenn ihr Vorschläge habt oder Verbesserungsvorschläge oder Tipps, was ich falsch gemacht habe oder ob ich die falsche Map-Version habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann besser ich das natürlich aus, aber ich glaube es nicht, weil ich habe es direkt von ModHop hergeglaubt. Außerdem kann man das im Spiel auf Updaten klicken. Und dann aktualisieren, wie du es besser hast. Da kann man glaube ich nichts falsch machen. Aber nichts ist unmöglich. Und dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Like da, schreibt es einen netten Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ich muss gut, ciao.